Die nächsten, die gleich live musizieren werden, live spielen, live singen, die alle heute Abend bei uns. Eine Band, die es schon seit 10 Jahren gibt, Mandana, Mike und Gerry, Solid Tube. So, wir hatten schon einen singenden Showstag, jetzt haben wir eine singende Krankenschwester, oder? Ja, ab heute wissen das ein paar, glaube ich, habe ich heute gesagt. Wo bist du lieber, im Operationssaal oder in einem Fernsehstudio? So, wo machen wir jetzt mehr Freunde? Also, heute bin ich auf jeden Fall lieber da. Also, Gerry, du warst schon mal bei der großen Chance. Mike, du warst schon mal bei der großen Chance. Ja, jeder hat so seine Leiche im Keller, das ist eine davon. Ja? Also, es war aber nicht letztes Jahr, da könnt ihr mich dran erinnern. Nein, es ist ein paar Jahre her, also, ich sind, glaube ich, knapp über 20. Damals bei Peter Rapp. Damals noch bei Peter Rapp. Diese Sendung, da kriegt jeder eine zweite Chance, nicht nur Juroren. Dann würde ich sagen, deine zweite große Chance, für euch die nächste. Ab auf die Bühne, Solid Tube. Gut, hier bei mir bleiben Freunde und Verwandte. Die Band ist ja hauptsächlich aus Wien in einer Großstadt. Ist ja nicht so wie in einem kleinen Ort, dass man dauernd erkannt wird. Was hat sich da bei euch getan? Hier und da sind schon erkannt worden, der Michi im Fitnessstudio, der Mandana beim Ikea, der Gerry in der U-Bahn. Ja? Also, schon immer wieder. Haben Sie sich gut vorbereitet für heute? Nein, sicherlich. Wie oft ist das Lied gespielt? Also, ich habe gar nichts gehört davon. Wird es Zeit, dass auch du das jetzt hörst? Zu Hause zumindest nicht. Die singende Krankenschwester Mandana. Operation, große Chance. Solid Tube. Diese Formation hört auf den Namen Solid Tube, was übrigens frei übersetzt so viel heißt wie festes Rohr. Wir spülen, wir spülen das, was wir spüren und wir spüren das, was wir spüren. Und das ist das, was... Und ich sage das dreimal schnell hintereinander. Und Anna, du bist so ziemlich die beste Sängerin, die ich seit ganz langer Zeit mal... Also, hier überhaupt, ja, die hier überhaupt... Ja, das Lob von Tido mehr oder weniger hat mich natürlich schon sehr gefreut. Eine einzigartige Sängerin, die ist wirklich sehr, sehr krass. Und ich glaube nicht, dass da was Besseres kommen wird im Laufe. Also, ich habe schon viel gesehen. Ich weiß nicht, ob da noch was Besseres passiert. Nachdem wir einfach eine Liveband sind oder auch ein bisschen live spielen, versuchen wir einfach uns gar nicht großartig da jetzt irgendwie zu ändern. Wir versuchen einfach das, was wir spüren und das, was ich glaube, wo wir halt ein bisschen kennen, dass wir das einfach auf die Bühne der großen Chance am 2. November bringen werden. Was beim Live-Act anders sein wird, dass ich wahrscheinlich auch zur Gitarre greifen werde und... Und sie spielt sehr gut, Gitarre. Ja, extrem gut. Äh, exorbitant gut. Bitte sehr. Und das ist jetzt die große Chance für Solid Tube. Eins, zwei, drei, vier. und das ist gut. Ein paarET, äh, jetzt 4. Wir sind nicht nur mein Leben, sondern nur meine Familie. In Your Head, in Your Head, da I cryin' mit den Tans und der Bombs und der Bombs und der Guns. In Your Head, in Your Head, da I fightin' In Your Head, In Your Head, da I'mper, da I'mper, da I'mper. It's in Your Head, in Your Head, da I'mper, da I'mper. Musik 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 Sie hören gar nicht auf. Solid Tube. Schwester, heute komme ich mit dem Dupfer. Sehr gut. Ordentlich angestrengt. Ja, kann man sagen. Ist es so, dass euch dieser Mann eigentlich überreden hat müssen, dass ihr zu dieser Sendung kommt? Ihr wolltet ja gar nicht. Wir wurden nicht gefragt. Hast du sie genötigt? Quasi. Warum wolltet ihr nicht? Wir wurden nicht gefragt. Somit gibt es keine Chance, zu sagen, ob wir wollten oder nicht. Naja, naja. Naja, okay. Sagen wir so, hat es sich rentiert? Auf alle Fälle. Gut, dann schauen wir, was die davon halten. Sabine, wie hat dir das gefallen heute von Solid Tube? Ich glaube, es hat sich auf jeden Fall rentiert heute. Ich habe mich schon gefreut, vom letzten Mal auf heute, auf Eng, aufs Spüren. Eng? Eng. Euch. Eng. Und, ähm, also, das Lied, Zombie ist sowieso von mir eigentlich ein totales Lieblingslied. Und ich habe es jetzt eigentlich ganz anders interpretiert, als man es kennt. Und da war auch so, dass es echt lässig war. Und ich hoffe, dass ihr in Richtung Finale unterwegs seid. Nächstes Mal. Zombie noch so ein kleiner Nachschlag zu Halloween, oder? Doi, doi. Carina, du hast beim Casting gesagt, großes Kino, jetzt Hollywood-reif, sozusagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ihr seid ein sehr, sehr spezielles Band, die eine sehr besondere Aura verbreitet. Und diese Aura ist ohne viel Schnickschnack eigentlich sehr puristisch und sehr leicht. Was spricht auch natürlich für enorme Professionalität und Qualität auch. Also, ich habe einfach gesehen, wie die Menschen in sich gegangen sind und wie die Stimmung sich verändert hat im Saal. Also, es ist schon ein sehr magischer Moment gewesen. Und ich wünsche euch ganz viele Anrufe. Ich hoffe, dass es zu Hause auch angekommen. Plus oder Minus von der Gerie, Sido beginnt. Bitte. Es geht nicht immer darum, jeden Ton zu treffen. Ich will nicht sagen, du hast die Töne nicht getroffen. Das war ziemlich rund. Das war ziemlich sauber gesungen, alles. Es geht hauptsächlich darum, eine spezielle, besondere Stimme zu haben. Eine Stimme, die raussticht aus der Masse der anderen Stimmen. Und das hat sie definitiv. Sie hat die wahrscheinlich einzigartigste Stimme von allen, die hier mit sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich hätte es mir noch besser gefallen, aber das ist ja das Konzept. Aber mir hätte es noch besser gefallen mit der Dame alleine im Spot, ohne das fünfte und das sechste Rad am Wagen dazu, sondern nur die Dame alleine. Ich hab mir jetzt davon. Trotzdem gibt es von mir ein dickes, fettes Plus. Danke euch. Ja, der sagt so nette Sachen und am Schluss seid ihr dran. Aber die Stimme, und das begeistert mich, naturbelassen, unglaublich echt und leidenschaftlich. Vier Plus für Solid Tube. Aber das nutzt gar nichts, meine Damen und Herren, wenn Sie zum Schluss der Sendung nicht anrufen für diese Band, anrufen oder SMR-Ticken für Solid Tube. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.